Willkommen zurück zum nächsten Part von Trine 2. Wir sind immer noch hier an dem lustigen... Ich mach mal den Ritter hier so. Und hier haben wir ein wunderbares, geheimnisvolles Buch. Ich werde es mal lesen oder vorlesen lassen. Sagen wir mal so, mal schauen. Hm, die geheime Höhle. Wer weiß, was sie da sonst so gemacht haben. Ich hab's, ich hab's ja jetzt nicht gehört. Da muss ich auch noch mal kurz reingucken. Rosie schreibt wieder Isabel oder umgekehrt. Ah ja, hab's schnell gelesen, bevor es mir vorgelesen wurde. Mein Gott. So, also da... Hieronymal. Oh Gott. Wo bin ich jetzt denn gelandet? Weiß ich nicht, aber es wird dunkel. Was hast du getan? Ich hab wohl, ich hab wohl ins nächste Level, da bin ich in so eine dunkle Höhle reingerutscht. Tja, gute Frage, nächste Frage. Also ich find ja auch das Bild hier nebendran sehr süß. Ja. Mit dem Ritter, der sich hier durchschleicht. Aber hier sieht's schon wieder nach Spinnen aus. Ja, aber hallo. So, müssen wir jetzt links oder rechts? Hier geht's nicht weiter, also vermutlich nach rechts. Wie immer. Der Zauberer springt immer so ganz komisch, find ich. Naja, mit seinem Röckchen, da muss er halt ein bisschen aufpassen, ne? So, schieß mal kaputt da. So, und sching. Halt. Oh Gott. Oh, was ist das denn? Das ist ne fuckgroße Spinne. Oh Gott. Ach, du ahnst das ja nicht. Ja, ne, ist klar. Ach, die Scheiße. Also ich will jetzt ausprobieren, was die Spinne mit mir macht, also geh mal davon aus, dass ich jetzt gleich noch sterbe. Und es ist weder ein Regenbogen noch ein Einhorn. Das hat sie gut erkannt, würde ich mal sagen. Trodolob. Oh, shit. Okay. Ich glaube, wir können da nicht durch. Und wir haben hier kein... Doch, doch, wir hatten ein Start-Checkpoint. Das heißt, wir müssen jetzt erst da hoch. Genau, das hast du gut erkannt. So, Moment. Hä? Geht's da hoch? Ups, ähm... Ich hab's den Hammer nehmen, um Felsen zu sterben. Ja, aber da kann ich... Kannst du wie hoch da... Ja, sehr gut. Hab ihn. Äh, gut, weiter ist da oben nichts. Ja, kann's... Ach ja, hier geht's weiter. Wo geht's weiter? Hier ist so ein Blatt. Wo ist so ein Blatt? Ich seh nix. Du musst wieder runter. Also ich könnte jetzt hier runterspringen. Genau, dieses Blatt da oben, mein ich. Genau. Na, von da oben hätte ich auch auf das Blatt springen können. Aber da ist halt dieses blöde... Moment. Mal gucken. Okay, hier ist nur dieses eine. Moment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, shit. Oh, verdammt. Oh. Shit, man. Ah, das ist so blöd da oben mit dem... Ja. Ähm. Ich baue hier mein Schirmchen. Mit diesem zweiten Pendel. Das ist echt beschissen. Halt. Stehen bleiben. Nicht umfallen. Ich stütze den mal hier so ein bisschen. So, oh, kacke. Ähm, warte, ich kann ja folgendes machen. Den einen kann ich festhalten. Genau, das wäre schon mal super. Ach, du ahnst es doch nicht. Mann, ey. Nein. Doppelsprung am Ende. Am Ende ein Doppelsprung, dann müsste er hochkommen. Äh, aber es geht nicht. Ähm. Okay. Äh. So. Ah, dankeschön. Jetzt sollte es funktionieren. So, jetzt mal ganz langsam. Hüpf und hüpf. So, hier kann man stehen bleiben. Dieser Fels, er ist so schwer. Bist du drüben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, nein, 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 scheiße, 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 fuck, fuck, fuck. Äh, äh, äh. Ah, wenn du drüben, wenn man drüben ist, dann wird man gleich wieder von... Okay. Ah, super, jetzt bin ich drüben. Einfach durch Figur wechseln. Ähm. Oh, hier ist der Schlitt. Nein, nein, hier ist die Litschicht. Nein, nein, nein. Ja, und jetzt bist du, ja, schon rüber. Ja, ich bin auch. Gut, ich gebe mal, ich gucke mal, ob hier irgendwo ein Speicherpunkt ist. Hoffentlich. Jawohl, da oben. Ja, da oben. Ach, hör doch auf. Halt, halt. Hör doch auf. Ah. Dieses dumme Glitschige. Ah, nein. Ich bin unten gelandet. Das ist schlecht. Da bist du wieder. Red, bin ich wieder hier. Pass mal auf. Da geht es nämlich noch hier. Ah. Da oben. Hui. Oh, wie ist der einen wegschleudert. Wow. Ups. Au, au, klick, 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 das wäre fast, äh, höbel geendet. Geh mal durch den Speicherpunkt, bitte. Moment. Zack. Volles Leben. Oh, oh. Nochmal, bitte. Was machst du denn? Ich lass mich von diesen doofen Kwanzen treffen. Dummerweise. Ach, das ist doch nicht wahr. Ups, shit, jetzt bin ich runtergelandet. Ich bin durch. Oh nein, Gegner. Ja, siehste. Komm mal her, Früchtchen. Komm mal her. Hier. Geh mal in diese Pflanzen sterben. Ähm. Du bist da? Langsam? Nein! Shit, man. Shit. Das ist doch nicht wahr. Au, shit. Geh mal durch den Speicher. Ach, verdammt, jetzt bin ich da unten wieder gelandet. Oh, oh. Durch den Speicherpunkt wieder. Spawn du einfach wieder. Ich bin, glaube ich, weit genug weg von dem Dingens. Du kannst einfach sterben, glaube ich. Und dann kommst du hier oben wieder raus. Naja, aber ich bin ja gerade gestorben. Und wenn ich jetzt die Figur wechsle, dann komme ich da unten wieder an dem Speicherpunkt an. Okay. Ich versuche jetzt mal da hochzukommen. Dann bin ich auf jeden Fall weit genug weg von dem Dingens. Ach, das ist doch nicht wahr. So, ich bin jetzt auf jeden Fall mal oben. Aber hier sieht es auch mal aus. Nee, ich spawne immer wieder unten. Schlecht. Naja, ich sterbe mal mit... Ich müsste, glaube ich, mit beiden sterben. Wenn du dann wieder durchgehst, könnte es vielleicht funktionieren. Ich sterbe mal mit beiden. So. Dann mit... Ah, nein! Na, shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, also ich muss auf jeden Fall hoch. Ja, also ich prügel mich hier gerade so ein bisschen. Wie immer. Jetzt wieder spawns, bist du wieder unten, oder? Ja, deswegen will ich jetzt nicht spawnen. Wenn du noch mal kurz... Kannst du noch mal kurz runter zu dem anderen Speicherpunkt? Und mich wieder... Oh, Achtung, Achtung! Ja, jetzt bin ich da. Bist du's? Ah ja. Ja, ich bin's. Ähm. Schockschwere Not. Ich hab mich da oben schon noch ein bisschen rumgefächert. So, ja. Hä? Nein. Nein, 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 nein. Ist das... Ja, ist das, was du mit dir für großen Plattformen gleich wiederkommst? Ja, Entschuldigung. Äh. So, ja, geht's. Ich wollte mich nicht treffen lassen von der doofen Blume. Verstehe. Oh Gott. Wie hoch dieses Tor einfach geht. Ähm. Da oben ist aber nichts. Da, da, da. Ich trau mich kaum vorwärts zu gehen. Genau deswegen. Halt, stopp. Halt, aua. Ich kann ihn nicht leiden. Oh shit, oh shit. Ich kann den nicht greifen. Oh fuck. Ich denke, da sollte ich mal... Voll in den Arsch. Haha. Hm. Hat der irgendwo eine Lebensanzeige? Nee, okay, ist tot. Nee. Weil irgendwie haben wir jetzt auch gar keine Bögen irgendwas gebracht gerade. Oh, da oben ist noch einer. Ach, verdammt. Verdammt. Ach ja, komm. So, jetzt aber. Blinken. Hui. Oh Gott. Oder oben ist er. Da oben ist noch oben. Hallo? So. Hui. Hui. Okay. Ich ziehe mal den Hebel. Ich ziehe. Ich ziehe. Ach so. Dann kann ich dich da vielleicht durch... Durch... Wir können es probieren. Ich halte hier mal so lange fest. Lass mal los den Hebel kurz. Ich will wissen, ob es ja zurück geht. Sieht erst mal nicht so aus. Wahrscheinlich muss es genau runter, wenn du drunter bist. So, stopp, stopp, stopp. Hier ist... Ähm, da müsstest du vielleicht unter die Plattform unter mir kommen. Ähm, da ist wieder so ein Puste-Fix. Ähm. Jawohl. Und da ist nämlich so Bäh und Pfui und I. Oh. Ich weiß nicht, ob mich das, ähm, ankokelt, wenn ich da durchfahre. Ähm, kannst du da vielleicht einfach mal rausspringen und hier unten drauf? Ja. Ah, oh ja. Das tut auf jeden Fall weh. Oder es ist wieder rutschig. Also wenn ich da jetzt runter... Kannst du da auf das Eck, damit es nicht runterrutscht. Äh. Oh, ja. Oh, ich glitsche mich hier so durch. Ja, dann mach du mal den Zauberer. Wahrscheinlich wärst du jetzt runter, wenn du wechselst. Nee, okay. Okay. Kommen sie näher, kommen sie ran. Hui. Gut rutschen. Yay, ich rutsche mit. Wow, wow. Okay. Das war ordentlich. Oh, nee, gibt es auch so Dingens, die sammeln ich mal ein. Ich will nochmal ganz kurz da unten gucken. Wasser. Nee, da ist nichts mehr. Aber hätte ja sein können. Oh, da oben ist aber noch ein blaues Dingens. Und da ist noch ganz viel... Ups. Ups. Das war nicht so geplant. Na, ist klar, Moments. Krieg, krieg er mit Hammer, bitte. So. Oh Gott. Na. Hammer und... Hallo. Wahrscheinlich ist da eine Felsen, der fällt dann auf mich. Spring. Got it. Upsi. Ah, Hilfe. Ich komme hinter dem Stein nicht mehr hervor. Jetzt. Oh, da unten rechts bräuchten wir Wasser. Genau, wo du da stehst gerade. Da ist der Wasserblub. Hey. Äh. Ich auch hier einfach irgendwie... Nee, da geht's nicht runter. Wo ist der Wasserblub? Na da, genau. Na ja, ich nehme ein bisschen von dem Wasser mit hierher. Oh nein, nein, nein. Was, was, was machst du denn? Alter, Alter, das Blatt, das backt sich da gerade ewig rein. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen Wasser mitzunehmen. Ich verstehe das schon. So, und einmal kippen. Jawoll. Sollte gereicht haben, oder? Offensichtlich nicht, okay. Das passiert aber nichts. Habe ich aber nicht richtig getroffen. Eigentlich schon, aus meiner Sicht, aber... Aus meiner Sicht eigentlich auch... Steckst du nicht drin, ne? Vielleicht stehst du auch irgendwie unglücklich drauf, oder so. Ähm, dann stehe ich mich jetzt nochmal hier hin. Ja, da ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen doof. Äh, so. Klatsch, ab ins Wasser. Dann nehme ich da so ein bisschen was mit. So, ja, jetzt aber. Ja, also. Ah, nein, schluch. Oh. Oh. Huch, warum kann ich denn hier springen? Ah, guck mal. Ich sehe auch nichts. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Speichelpunkt. Oh, so, hier war ne Schmier. Oh. Ah. Nimm mich mit. Das ist doch nicht wahr. Ich hasse es. Weiter runter kann ich leider nicht. Komm jetzt hoch, dann können wir einen Cut machen. Ja, ich weiß. Ne, dann muss ich auf die, ähm, mach mal am besten vielleicht eine kleinere. Dann gehe ich nämlich auf das andere. Klappt das so? Ja, vom anderen kannst du auch direkt hier überspringen. Das habe ich auch gemacht. Oder so. Ich nicht. Jetzt dein Cut. Gut, dann, äh, bis zum nächsten Part und wir warten hier auf euch. Hihi. Juhu.